hallo zusammen wollt auch hier zu hause krafttraining machen ganz einfach und bequem in den eigenen vier wänden wenn ja dann bleibt jetzt unbedingt bis zum schluss dran denn heute schauen wir uns mal eine sehr gute kraftstation an die seines gleichen zu dem erzeug einer fitnessstation könnte ganz bequem zu hause trainieren und spart noch das geld für das fitnessstudio noch die kraftstation heute eingehen werden ist eine sehr gute von hopsport und zwar die hs 10 44 k die immer wieder mal durch mit den vorteilen der technischen daten und werden auch zum schluss und kleines fazit ziehen also es bleibt sehr spannend bleibt bis zum ende dran die ist auch in der video beschreibung verlinkt schaut mal rein klickt man dort auf den link drauf das kommt jetzt zum besten angebot für diese kraftstation und dort gibt es auch hier wie gesagt den besten preis ja dann würde ich sagen starten wir jetzt mal kurz so durch und gehen etwas näher hier auf diese sehr praktische kraftstation im detail ein schauen muss sie mal kurz etwas näher im detail an handelt sich über eine sehr kompakte kraftstation die dennoch sehr viele übungsmöglichkeiten hat und mit einer sehr guten ausstattung daher kommt sämtliche umleckrollen sämtliche weitere anbauteile sind sehr robust ist auch stahl gefertigt wir haben ja hinten schöne gewichte dran die man ganz einfach hier justieren kann und auch sonst lässt sich damit wirklich sehr einfach trainieren ja aufgrund dessen relativ wenig platz an den könntest auch mal problemlos hier im wohnzimmer aufbauen und dort praktisch euer eigenes fitness studio betreiben also tolles gerät ich würde sagen wir gehen jetzt etwas näher auf die technischen daten ein und schauen sie an diese fitnessstation etwas näher trägt auf der herstellerwebseite uns an so da schauen wir jetzt hier mal die kraftstation 1044 k von hopswort und sie an direkt auf der herstellerwebseite und ihr könnt schon sehen die macht hier einen sehr soliden eindruck und auch der preis ist sehr interessant aktuell im angebot für 377 euro also schaut jetzt mal hier vorbei ich werde euch hier den unten in rein verlinken in der video beschreibung klickt man auf den link drauf das kommt hier zum besten angebot was aktuell gibt lieferzeit drei bis fünf werktage ist wirklich sehr schnell oder würde ich sagen immer das mal kurz hier im detail durch die sehr kompakt hat aber dennoch zahlreiche funktionen mit dabei der sitz ist angenehm sie ist gut gepolstert man kann sie sehr leicht reinigen hier noch mal die unterseite mit dem seilzug auch der ist robust hier dann noch mal der gewichtsblock hinten dran und da noch mal hier das oberteil der latzugstange also das sieht gut aus wir gehen mal kurz weiter runter zur beschreibung da steht noch einiges drin ihr könnt schon sehen sehr stabile stahlkonstruktion haben wir hier somit hält es auch einiges aus wir haben auch hier zahlreiche möglichkeiten um die verschiedenen muskelregionen zu trainieren hier noch mal ein unterer seite und obere latzug ist sie ebenfalls alles mit dabei höhenverstellbar ist wir haben dann hier den gewichtsblock den man natürlich hier dann justieren einstellen kann es gibt 12 verschiedene gewichte dran hier doch mal die umlenkrollen diesen auch robust gefertigt und so sieht das ganze dann beim trainieren ebenfalls aus ja soweit die runde dazu also schaut euch mal hier den link an klickt man auf den link drauf dort kommt ihr zum besten preis zum besten angebot könnt ihr auch hier euch nochmal direkt von den rezessionen anschauen und dann eventuell direkt bestellen ja komm jetzt abschließend zu den wichtigsten vorteilen und zum fazit zu dieser kraftstation von der marke hopsports und zwar haben natürlich ganz klar einen sehr guten preis sie ist hochwertig gebaut hat eine stahlkonstruktion es gibt sehr viele übungsmöglichkeiten und sie hat eine sehr gute polsterung die auch hier abwaschbar ist also ein topgerät zu dem fairen preis schaut euch mal an die ist in der video beschreibung verlinkt klickt dort mal drauf kommt direkt zum besten und günstigsten preis da würde ich sagen gibt einen daumen hoch aber den kanal dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder